Max-Cuteman, beweg dich aus dem Mülleimer. Wow, oh mein Gott. Also, am Lachen musst du noch arbeiten. Okay, warte. Kannst du mal rülpsen oder husten? Warte, 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 kurz. Herzhaftigkeit wieder erreichen. Es geht so nicht weiter. Wir stehen am Stammplatz schon. Im Stammplatz? In einer Reihe? Wo ist denn bitte der Stammplatz? Stammplatz am Champ haben wir uns mal hier. Das ist so irritierend. Ich hör mich immer so selbst. Aber, ne, einmal meine normale Stimme und einmal die Stimme von Fischer. Rückwärtsrichten klappt schon mal gut. Oh. Oh, Vorsicht, ruhig. Ist okay, Mädchen. Trailtail und ich schlagen euch eh alle. Also, ihr müsst euch gar nicht anstrengen. Sollen wir sich jetzt die Sonnenbrille kaufen? Oder die andere runter? Die Sonnenbrille, ja die Sonnenbrille. Okay, die Sonnenbrille. Aber hopp, 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 Kareni. Es geht gleich los. Ich bin der erste Mal Gruppe. Oh, Max? 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 Hey, guck mal die Girls mit den pinken Blusen. Oh, Max? 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 Ich bin so gut. Ich kenn die Abkürzung nicht mehr, aber man soll so wenig springen wie es geht. Richtig? Oh, Max? Oh, Max? Oh, Max? Ey, schaut euch Johanna an. Die ist richtig schnell unterwegs. Ich bin fast sieben. Das ist nur ne Bitch. Ich bin fast sieben. Das ist nur ne Bitch. Ich bin fast sieben. Oh mein Gott. Das ist wieder 8. Das ist 8. Gruppe 3. Du bist gut gesprungen, Junge. Nehmt euch die Beile ein. Lauter. Oh, Max? Sie hat alles vor mir gemacht. Ist das Trumpy? Ja. Komm, mein Junge, wir schaffen das. Ach, das ist ein Mädchen. Komm, mein Mädchen. Shit, man. Ich bin die Hochfolge Winners Battle for uns. Hier, komm los. Die kennen alle nicht die Abkürzung. Also, Ruby Runner ist ja mindestens genauso männlich wie ich. Hör, die haben ja hier komplett die Veränderung gemacht. Ist ja schlimm. Ist ja grausig. Bist du noch ob der Sprechstur los? Ich hab dich gar nicht eingeholt. Das wird bisschen knapp, Leute. Komm, Johanna, bitte hab mir einen Internetfehler. Komm, komm, komm. Wow, da war ein Internetfehler. Ey, Elfman ist hinter mir. Das ist ein Internetfehler. Oh, ich mach jetzt mal ernst. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin vierter. Ich bin vierter. Ey, yes, Mann. Oh, Mann. Die Mann ist dritter, ey. Das ist ein guter Marc. Ja. Du hast einen dritten Mann. Endmann ist vierter. Volcano Man ist Platz sechs. Boah, gut. Ey, wir sind besser als auf unseren Account. Boah, Steeler, Alter. Ich bin bei denen mit der Schleifer an der Trendsähe. So. Direkt mal holen. Könnt ihr's sehen an Flutterfax? Könnt ihr's sehen? Oh, Leute. Ich hab direkt hier. Oh, mein Gott. Ich hab heute einen guten Freundschaftseinfahrung bekommen. Du? Obwohl du nicht mehr gewonnen hast? Ich krieg es nicht an. Ich glaub, ich muss immer so bleiben. Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist ein bisschen die falsche Stimmlage, ne? So Maxen Stimmbruch. Aber, hallo. Nee. Überhaupt gar nicht. Hä? Aber klingt voll süß. Oh mein Gott. Oh, Mist. Oh, Scheiße. Das ist so schneller gehen. Das ist so schneller gehen. Komm, komm, komm. Das müssen wir üben. Seid bereit? Ja, alle ready. Und dann reiht sie los. 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 Einen noch. Oh mein Gott. Scheiße. Es ist so schnell. Es ist so schnell. Er 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 ist so schnell. Es ist so schnell. Und dann ist es ein bisschen glücklich. alles im Moment ist. Es gibt keine Fragen zu mir. Und dann sind sie durchgeführt. Einmal vertrainde. Es geht nicht so schnell. Es geht nicht so schnell. Das war's! Just love me! Ich hab's in Heimann geholfen! Oh! Oh! Was passiert? Oh nein! Ich hab's mal ganz alleine Zeitlupe-Meldung überlegt! Komm mal bitte an, dann wollte ich noch rechts machen! Wo ist rechts? Oh nein! Wunderstöhn! Du hast dich mal! Du hast dich so lange nicht geholfen! Ich fühle mich wie so eine Slow Motion Invasion von irgendwelchen Menschen, oder so? Ich kann das mal! Hey! Hoffmann! Ciao Leute! Danke! Ja jetzt noch mal noch ein Fest! Schnell dich mal! Junge bei mir unden 1390. Das war's.